Die ganze Welt dreht sich um dich, denn ich lass niemals dich im Stich. Der Mensch, der mir am Nächsten ist, bist du, weil du mich nie vergisst. Ich hab Labracho-Tee gemacht, der Tee entfacht die Säfte deines G, die Energie der Abwehrkräfte. Ich will nichts abwehren, will nur ein paar gute Songs schreiben. Denk jetzt nicht drüber nach, leg dich hin und ruhig aus. Ich habe lang genug gelegen, Conny. Liegen kann ich, wenn ich tot bin, okay? Was ich brauche ist Creative Power. Ach, vernünftig muss die Zeile deine Kräfte sammeln. So unter Druck hat doch niemand. Die druckfreie Zone der Trance, Tranquilizer, Lachgas und Evipons. Die ganze Palette der deutschen Anästhesie. Wird niemals eine einzige Zeile, wo der kleine Leute zaubert, wird nur das Koma, aber diesen den Schlager fädlert. Es schlaft! Oh nein, Conny, das war nicht so, können wir halt die Glühle überhaupt arbeiten. Das ist, wer klopft da? Das ist Johnny, er sei Dank. Johnny, lass hier nicht rein, das ist Johnny. Josef, den Spiegel! Nehmen Sie hoch das Ball, trinken Sie an, unser Tanz, er muss nun nicht zusammen. Aber ihr Gänze, was noch mal, wir tanzen hier auf der Lantyne. We're talking about inside, outside, Sachen der Zeit, verschont uns los. Wo wir singen, ist vorne, sind wir hinten, denn ist hinten voll, ist schon uns los. Und was hier jeder weiß, dazu ist der Zimmer noch zu hart. No plastic money on the bar, was sei eh, oh la 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 la, wunderbar. Nehmen Sie hoch das Ball, trinken Sie an, unser Tanz, er muss der Nächste sein. Und was hier jeder weiß, was noch mal, wir tanzen hier auf der Lantyne. Still talking about somewhere, but a heart where I'm going nowhere, hoppen wir doch schon. Heiß von Pett, so'n kleine Tiedis, halte und eine Chance ist, dass der nie will noch. Heiß von Pett, so'n kleine Tiedis, halte und eine Chance ist, dass der nie will noch. Oh, we're talking about somewhere, we're talking about somewhere, we're talking about somewhere. Und das Ball, trinken Sie an, unser Tanz, er muss der Nächste sein. We're talking about somewhere, we tanzen hier auf der Lantyne. Wie war noch mal Ihr Name? Garbo. Ah, Garbo. Entschuldigen Sie, dass ich mitten in der Nacht, aber Ihr Manager hat mich gebracht und sagte mir, Sie wüssten Bescheid. Sie wären einverstanden und bereit. Das ist mein Diener, nicht mein Manager. Geh was still wagen. Dies ist ein Cover-Interview für die News. Wir finden, Wien hat dieses Beerdigungs-Happening gebraucht. Die Leute müssen wachgerüttelt werden. Geschockt. Gestaucht. Daher wollen wir eine rein positive Story machen. Sicher war es für Sie zu machen. Was wollten Sie uns damit sagen? Wen lieben Sie? Was braucht Europa? Das sind meine Fragen. Also nichts mit Drogen.